Musik Hallo, ich bin Stefan Müller und möchte mein neues Jugendbuch Tibo und ich vorstellen. Tibo und ich, ich, das ist Jan, sind zwei Jungs, die miteinander erwachsen werden und sich beide dummerweise in dasselbe Mädchen, nämlich Jennifer, verlieben, aber darüber hinaus noch die Liebe zur Literatur teilen. Ich habe versucht, das Thema Freundschaft, dann das Sich-Verlieren aufgrund eines Zwischenfalls, hier die besagte Freundin, und dann das wieder zueinander finden, zusammenzubringen. Ich wollte gern das anhand einer Freundschaft zwischen zwei ziemlich unterschiedlichen Jungen zeigen. Und ich wollte auch gern, dass ein Junge einen anderen dahingehend beeinflusst, dass er literaturbewusst wahrnimmt. Musik Ich glaube, es ist Ja, ein Buch für Wörterliebhaber. Ich würde mich freuen, wenn mein Buch Menschen dazu anregt, sich ganz intensiv mit Literatur zu beschäftigen, sich auf Romane einzulassen, auch wenn sie 700 Seiten lang sind, auf diese Entdeckungsreise zu gehen, weil es einfach unheimlich viel zu erleben gibt, auch in Büchern, die 100 Jahre alt sind oder 150 Jahre alt sind, und einfach Sachen daraus mitzunehmen, die einem dabei helfen, sich selbst zu finden, und auch die dabei helfen, sich in der Welt zurechtzufinden, weil Bücher eben manchmal auch Antworten liefern können. Musik 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 Musik